Lisa ist in der Distanz, die ist so weit weg, dass ich verteidige, indem ich sitzen bleibe. Die eine Hand ist auf den Boden aufgestellt, die andere Hand dient als Stoppern. Meine Füße zeigen immer in Richtung Lisa, auch wenn sie sich hin und her bewegt. Nun kommt sie näher. Ich ändere meine Position und gehe auf den Ellenbogen. Die Hand bleibt als Stopphand und ich richte mich immer in Richtung Lisa aus. Nun kommt sie so nah, dass ich diese Position nicht halten könnte und verteidige mit meinen Beinen als Beinschwerter. Auch hier führe ich die Bewegung mit ihr aus. Beide Füße sind an der Hüfte und sie bewegt sich. Und ich drehe mich mit.